Die Verunsicherung an den Kapitalmärkten nimmt in den letzten Tagen aufgrund der steigenden Corona-Infektionszahlen immer weiter zu. Ebenfalls schrauben schon die ersten Experten ihre Prognosen zur wirtschaftlichen Entwicklung bzw. der Erholung wieder runter. Für den Fall, dass eine weitere Corona-Panikwelle am Markt entsteht, habe ich mir gewisse Unternehmen auf meine Watchlist natürlich gesetzt, welche ich in einem solchen Fall unbedingt nachkaufen möchte. Eines davon ist Autodesk, weil das Unternehmen in einem extrem spannenden Zukunftstrend aktiv ist. Wie Autodesk sein Geld verdient und weshalb ich die Aktie kaufen möchte, erfährst du in diesem Video. Ebenfalls gebe ich natürlich meine Einstiegsszenarien mit an die Hand. Und damit auch schon ein Hallo und herzlich willkommen bei So geht Börse. Ich bin natürlich immer noch der Patrick und falls du auch in Zukunft kein weiteres Video mehr von mir verpassen möchtest, dann klicke doch unten einfach kurz auf den Abonnieren-Button und aktiviere die Alarm-Klappe. So, und nun zur Unternehmensvorstellung. Autodesk entwickelt und vertreibt Software, die speziell für computergestütztes 3D-Design, also kurz CAD, und technisches Zeichen geeignet ist. Autodesk bedient unter anderem die Märkte für Maschinenbau, Architektur, Bauwesen, geografische Informationssysteme und Multimedia, sowie eben Kunden aus den Bereichen von Produktdesign und Produktentwicklung. Das Flaggschiff-Produkt des Unternehmens ist das AutoCAD-Programm, das mithilfe von verschiedenen Applikationen in einer Vielzahl von Bereichen eingesetzt werden kann, angefangen eben vom Bauwesen bis hin zum Produktdesign. Konstruktionsdaten können hierbei mithilfe dieser Verknüpfung nicht nur direkt für Zeichnen oder eben Konstruktionsprozesse verarbeitet werden, sondern auch an Abteilungen wie Vertrieb, Marketing, Fertigung und Facility Management eben zur Bearbeitung weitergeleitet werden. Spannend hierbei finde ich vor allem, da es seine verkauften Dauerlizenzen mit hohen Einnahmen im Jahre 2016 oder bis zum Jahre 2016 auf ein Abo-Modell mit wiederkehrenden Einnahmen umgestellt hat. Das sorgt natürlich letztendlich für planbare Umsätze und gibt dem Unternehmen eine gewisse Sicherheit. Autodesk befindet sich bereits in meinem Investment-Hippo, auch schon seit längerer Zeit, weil es eben an dem Zukunftstrend für 3D-Druck durch seine CAD-Software partizipieren kann. Denn der 3D-Drucker benötigt letztendlich für jeden Druck einen in Anführungszeichen CAD-Datensatz, beziehungsweise ein CAD-Modell, um daraus den Druck dann letztendlich auch durchzuführen. Und um diese Datensätze beziehungsweise Modelle erstellen zu können, benötigt man dann die Software von Autodesk. Das Produkt Autocad von Autodesk ist das weltweit am meisten genutzte CAD-Programm und weitere Anbieter sind hierbei beispielsweise das Sol Systems, PTC und Siemens. Ich persönlich gehe davon aus, dass der Trend hin zum 3D-Druck ein massives Potenzial in der Zukunft haben wird. Deshalb werde ich auch Autodesk bei einem nächsten Abverkauf an der Börse eben weiter deutlich ausbauen. Diese Einstiegsszenarien von mir werde ich euch auch im Laufe des Videos, beziehungsweise zum Ende des Videos auch mit an die Hand geben. Warum ich genau den Trend für 3D-Drucks so spannend finde, habe ich bereits in meinem Video Zukunftstrends der nächsten 10 Jahre Teil 3 genauer erklärt. Den Link hierzu findest du entweder hier oben nun im i oder unten in der Videobeschreibung, dass du es dir auch nach dem Video anschauen kannst. Nun ganz kurz auch was in eigener Sache. Wenn euch übrigens gefällt, was ich tue, habt ihr die Möglichkeit, mich natürlich auch zu unterstützen. Grundsätzlich unterstützt jeder Like auf dieses Video, beziehungsweise jeder Klick auf den Abonnieren-Button. Mich schon deutlich. Allerdings, wenn ihr darüber hinaus auch noch eine kleine Wertschätzung mitgeben möchtet, habe ich euch den Link dazu auch unten in der Videobeschreibung eingepackt. Und darüber hinaus bin ich auch auf weiteren Kanälen aktiv, beispielsweise auf dem Instagram-Account, wo ich dann entsprechende Live-Updates und Live-Trades von meiner Seite auch durchführe und eben auf spannende Szenarien hinweise. Und auf der Facebook-Seite, beziehungsweise auch in der Facebook-Gruppe, werden dann ausführlichere charttechnische Analysen dann auch verfasst, beziehungsweise zur Verfügung gestellt. Und hier steht auch der gemeinsame Austausch innerhalb der Facebook-Gruppe im Vordergrund. Kommen wir nun zu den aktuellen, beziehungsweise auch möglichen künftigen Unternehmenszahlen von Autodesk. So stellen wir fest, dass das Unternehmen derzeit eine operative Marge von über 15% generieren kann. Spannend ist dabei ebenfalls auch, dass das Unternehmen seit dem Jahre 1985 war es, glaube ich, immer wieder, beziehungsweise kontinuierlich Gewinne erwirtschaftet hat. Mit der einzigen Ausnahme seit der Umstellung auf das Abo-Modell, was ich ja auch eben schon angesprochen habe, im Jahre 2016, hier rutschte das Unternehmen für mehrere Jahre in die Verlustzone. Allerdings ist das darauf zurückzuführen, dass diese großen, einmaligen Einnahmen eben zurückbrechen, beziehungsweise wegfallen. Und hierbei kehrt Autodesk dann nun eben wieder zur Gewinnschwelle zurück und hat nun eben den Vorteil von den planbaren und wiederkehrenden Einnahmen. Schauen wir nun zur künftigen Entwicklung. So stellen wir fest, dass für das Jahr 2021 ein Umsatz von ca. 3,74 Milliarden US-Dollar erwartet wird, was einer Steigerung von 15% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Bis zum Jahre 2024 soll sich dieser weiter auf 5,6 Milliarden US-Dollar steigern. Beim EPS ist dieses Gewinnwachstum dann nochmals deutlicher zu sehen. Hierbei wird für das Jahre 2021 ein Gewinn von 3,83 US-Dollar pro Aktie erwartet, was einem Gesamtgewinn von 839,9 Millionen US-Dollar entspricht. Und dies entspricht dann einer Steigerung im Vergleich zum aktuellen Gewinn von 299%. Bis zum Jahre 2024 soll der Gewinn je Aktie auf 8,51 US-Dollar gesteigert werden können, was letztendlich einem Gewinn, beziehungsweise einem Gesamtgewinn von 1,87 Milliarden US-Dollar entspricht. Und nun, bevor ich dann gleich zu meinen charttechnischen Einstiegsszenarien komme, ganz kurz an dieser Stelle noch der Risikohinweis. Bitte pausiert das Video, lest ihn euch aufmerksam durch, denn auch ich kann mich mit meinen Analysen natürlich komplett irren. Und nun befinden wir uns natürlich wie immer auf dem Trading-Desk von www.traderfox.com und hierbei sehen wir den Kursverlauf der Autodesk-Aktie und eine Handelskerze entspricht hierbei einer Handelswoche. Was als allererstes auffällt, ist, dass die Aktie natürlich hier in einem langfristig völlig intakten Aufwärtstrend sich bewegt und nach diesem massiven Kursrücksetzer aufgrund der ersten Corona-Panikwelle die Aktie sich wieder deutlich erholen konnte und über 100% zulegen konnte in der Spitze. Seit diesem Punkt ging die Aktie dann nun in eine Korrekturbewegung erneut über und baute während dieser seine Überkauftheit in der Slow Stochastik sukzessive eben ab. Die grüne Signallinie notiert nun auch im unteren Extrembereich, was mich grundsätzlich nun schon aufmerksam für diese Aktie stimmt. Kann diese Korrekturbewegung nun weiter fortgesetzt werden und bis in den Bereich von 38.2 Fibonacci Retracement dieser laufenden Erholungsbewegung ausgebaut werden, würde ich voraussichtlich meine laufenden Positionen weiter aufstocken. Ich habe bereits in diesem Bereich meine Position weiter ausgebaut und habe hierauf auch auf meinem Instagram-Account aufmerksam gemacht und werde es auch entsprechend kommunizieren, sobald ich weitere Einstiegspunkte bzw. weitere Einstiege vornehmen werde. Also spannend ist vor allem, diese Kursmarke 269 und die zweite Kursmarke, sofern sich eben diese potenzielle Korrekturbewegung eben weiter ausbauen sollte, wäre dann das 61.8 bei 177.40. Hier befindet sich dann das letzte lokale Hoch von diesem Bereich, also von Mitte 2019. Der erste Unterstützungsbereich wird durch das letzte lokale Hoch von Anfang 2020 unterstützt. Für den Fall allerdings, dass diese Kurskorrekturbewegung nicht weiter fortgesetzt würde, sondern die Aktie nun nachhaltig über diesen ersten Widerstandsbereich bei ca. 227 US-Dollar ansteigen sollte, also mindestens per Wochen Schlusskurs, so würde ich dies als erstes bullisches Szenario bzw. bullisches Signal deuten mit dem ersten Kursziel bei ca. 246 US-Dollar. Das Potenzial auf der Oberseite liegt natürlich dann auch deutlich weiter oben. Das heißt, ich gehe dann davon aus, dass die Aktie insgesamt diesen laufenden Aufwärtstrend auch weiter fortsetzen kann. Prinzipiell werde ich persönlich in einem solchen Fall nicht weiter folgen, also sofern die Aktie nun nachhaltig über diesen Widerstandsbereich von ca. 227.40 ansteigen sollte, denn in diesem Bereich habe ich ja zuletzt meine Position weiter ausgebaut. Für mich interessant ist dementsprechend die Kursmarke von 269 und 177.40. Und nun vielleicht noch ganz kurz meine eigene Meinung zu Autodesk. Ihr habt es wahrscheinlich schon während dem Video erfahren. Also ich persönlich bin überzeugt von dem Geschäftsmodell und auch von dem Unternehmen Autodesk und baue dementsprechend dann auch zum dritten Mal schon meine laufende Position aus, sofern eben die Korrekturbewegung von Autodesk weiter anhalten sollte. Gerade auch im Hinblick auf den Zukunftsrends zu 3D und auch, dass das Unternehmen Marktführer im Bereich der CAD-Software entsprechend dann auch ist, glaube ich, dass das Unternehmen langfristig auch deutlich davon partizipieren kann. Was ist eure Meinung zu Autodesk? Würde mich persönlich sehr interessieren. Gebt mir doch entsprechend ein Feedback. Haltet ihr die Aktie bereits? Kanntet ihr die Aktie bereits im Vorfeld? Oder habt ihr vielleicht auch geschäftlich Berührungspunkte mit Autodesk? Was ist eure Meinung? Schreibt es gerne in die Kommentare. Ich freue mich darauf und freue mich schon auf das nächste Video mit euch. Ciao, Servus, macht's gut. Euer Patrick.